Fresh ASMR ist für uns zurück. Heute gibt es ein neues Video vom Server. Es ist schon spät nachts. Ich produziere das Video jetzt halbwegs vor. Ich bin letztens gestorben. Und habe alles verloren. Bis auf meine Android Spitzhacke. Der Scar hat mir die netterweise wieder geholt. Dann brauche ich natürlich jetzt auch wieder eine neue Olytra. Und genau diese suchen wir uns heute. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Nether. Und das ist ein ganzer Weg. Okay, ich habe eine Festung gefunden. Die hat sogar ein Schiff. Was ziemlich geil ist. Genau, danach habe ich auch gesucht. Okay, ich dachte gerade, den habe ich angeschaut. Okay, hier kommen wir rüber. Und ich würde sagen, wir looten das gute Ding jetzt. Mir geht es gar nicht so sehr jetzt um die Schalker. Sondern primär um. Sondern primär um. Jetzt ist die Olytra. Und vielleicht noch als Bonus den anderen Loot. Und genau. Dann gehen wir jetzt mal da hin. Ich denke mal, das Video wird auch nicht so sehr lang. Eben, weil ich jetzt nicht so viel loote. Sondern, genau. Ok, wir kommen auch so hoch. Ich hoffe, das ist nicht so laut hier. Ah ja. Ja. Dann klatschen wir die mal hier. So weit wie es geht. Und. Ich weiß, ob es gerade eine Schalker. Schell runtergefallen. Aber. Ja. Wir gehen einfach mal nach oben. Wir gehen einfach ganz, 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 ganz nach oben. Und. Mal gucken, was es hier so gibt. Und. Ne. Ah, da ist der Loot. Ok. Nehme ich mit. Ja gut, die kann ich ja disenchanten. Das ist ein ziemlich geiler Heil, um ehrlich zu sein. Und. Ja. Ja. Nehmen. Wir auch alles mit. Das sind ziemlich geile. Enchantments. Bin ich ehrlich. Ah. Ok. Ich habe natürlich drauf generiert. Oh ja. Zuck. Dann nach da drüben. Und. Ab nach hier oben. Wo müssen wir hin? Gibt es hier nochmal Loot? Ah ja. Da ist Loot. Eigentlich nur Gold. Die Frage ist jetzt, wie komme ich wieder runter? Hm. Ich würde. Na gut. Auf die Harts schmeiße komme ich nicht runter. Aber. Ok. So. Ach. Mist. Da wollte ich wieder geht drauf. Gehen wir aber gleich in den nächsten Dom. Das kann man ja nutzen. Und. Direkt in den nächsten Dom gehen. Oh mein Gott. Ich habe. Oh mein Gott. Hätte ich da jetzt drauf gegangen. Ich wäre komplett ausgerastet. Und. Dann. Holen wir uns den Loot dort noch. Ah ja. Gut drumrum geschafft. Oh ja. Schön viel Eisen. Und. 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 Dann. Ich will eigentlich nach unten. Ich bin aus diesem. Hoffen Abteil raus. Und. Das gucke ich gerade mal an. Dann. Wir fliegen natürlich gleich wieder nach oben. Gehen wir einfach mal. Zum Schiff. Ne. Das ist ja gar nicht hier. Wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Oh mein Gott. Und. So hier. Springe hier nach oben. Äh. Hier ist kein Loot drinnen. Hier wird kein Loot drinnen sein. Und. Ja geil. Das komme ich hier gar nicht mehr runter. Aber. Ey. Ihr dummen Schalker. Wer hat euch ins Spiel gebracht? Warum? Und. Die facken hier nur ab. Wirklich nur. Mann. Mann. Oh. Und. Diese dumme Sounds. Diese Sounds. Ne. Junge. Die sieben Sekunden. Die sieben Sekunden. Okay. Drei. 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 Eins. Und. Okay. Überlebt. Okay. Ich muss mich kurz hier einbauen. Äh. Ich habe mir einfach irgendwelche Schuhe angezogen. Die ersten die ich dort bekommen habe. Ja. Ja. Und. Jetzt. Gehen wir mal gleich zu. Dem. Dem. Wie heißt das. Ähm. Können Sie auch nichts mehr machen. Ja. Außer. Zum Zuschauen. Ab nach oben hier. Mit Lavitation. Ab nach oben. 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 Ich habe euch das. Sechs. Fünf. Sehe. Ja. Das schaffe ich. Und jetzt stecke ich mich hier einfach. Oah. Null. Einfach hier. Jo. Was geht denn hier ab? Schaut euch das mal an. What the fuck. Können die mal aufhören bitte? Das nervt. No. Oh. Okay. Wir haben es. Jetzt. Ich. Nach da drüben. Das schaffe ich doch nicht. Ja. Ah. Das schaffe ich. Okay. I risk I reward. Ab nach hier drüben. Und. Wasser. Nein. Okay. Ich habe es geschafft. Finally. Finally. Jetzt. Gib mir meine Lydra. Die sind auch super aggressiv. Guck mal wie viel die auch von den doofen Dingern schießen. Die haben es echt auf mich abgesehen. Hier. Gib mir deinen doofen Loot. Den werde ich einfach einschmelzen. Oh no. Ja. Feine. Guck mal wie kaputt meine Rüstung ist. Die haben so viel rumgeschossen hier. Ja. Das ging gar nicht. Wir holen uns jetzt noch den Kopf. Oh. Jetzt habe ich den Glock und drunter abgebaut. Und machen uns jetzt noch auf den Weg. Ja. Nach Hause. Und. Ja. Da. 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 decken wir uns einfach mal nach Schönheit oben. Oh. Und. Fliegen dann in Richtung rauf nach Hause. Ja. Oh ja. Ich muss ja weiterhin springen. das funktioniert sonst nicht. Das funktioniert sonst nicht. Das funktioniert sonst nicht. Ich würde sagen wir machen die anderen 13 hier noch. Und. Dann. Dann. Muss ich mal kurz. Schauen. Dann. Heißt es jetzt. Ähm. Dort mit 7,5. in Richtung. Minus 1000 und 0. Falscher. So. Ey. So ist gut. Ja. Erstmal hier richtig ausrichten. Voll schwierig. Ah. Da ist es ja schon. Guck mal. So schnell. Das war gar nicht bei Minus 1000 und 0. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Naja. Hauptsache. Hauptsache. Wir kommen hier zurück. Ey. Wenn ich jetzt nochmal gestorben wäre. Ich jetzt. Oh Gott. Dann hätte das Video kein Happy End gehabt. Wow. So. Nach oben. Und. Ja. So. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Machen wir so. Ja. Zack. Rot. Was geht denn jetzt ab? Hm. Komisch. Dann gehen wir jetzt durch das. P-P-P-P-Portal. Und dann hoffe ich das Video trotzdem gefallen. Trotz mein ganzes Gratje. Ah ja. Wir sind zu Hause. Boah wie geil ist das denn? Und dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Kinda.